8-Bit-Bajonetta Und damit Willkommen zu einem neuen Let's Test auf meinem Kanal Wie ich bin heute 8-Bit-Bajonetta Und... Wie lenke ich? Ich kann verschießen Aber ich kann mich nicht fortbewegen Death from above Game over, okay War es beabsichtigt? Your score 100 Betray Don't give up Der soll das so sein Hä? Man kann das Ding glaube ich Ach man kann Au Versuch mal, darf ich mich nicht nach vorne bewegen Okay, man muss einfach hier Okay Au Genau Und da sind wir wieder Game over Schade Okay Geht das echt die ganze Zeit noch so weiter Vielleicht ist das irgendwie lustiges Spiel Gewes Aber... Weil die Dinger hier zu treffen Das ist ja mal voll assi Fangen hier halt in zwei Leben aus Boah Boah, noch überlebt Boah, jetzt werden die auch noch schneller Die arschigen Teile Nein Nein Er hat mich bekommen Aber wir hatten über 1000 gescourt Nice Das ist echt alles Wir kennen uns jetzt hier Wir kennen uns jetzt hier Ich will mich einfach hier alles ab Volle Baller aber Einfach nicht die Treffe Oh Doch leichter als erwartet jetzt gerade Jetzt können wir schon mehr Die Flugfischer sind glaube ich das Böseste Ach du Scheiße wie viele Sie will nicht springen Sie wollten nicht springen Oh nö Game over Ob wir die 2000 noch knacken Ich will mal die 2000 jetzt zu knacken Ich hätte gerne eine andere Taste Wo Warte Ah ne Das geht nicht Okay Weil auf der Taste ist das gerade Ein bisschen unbequem Für mich Weil der fliegt einfach Aus unserer Aus unserer Reichweite What the fuck Boah das geht Echt In die Finger Kann ich das mit der Leertaste machen Irgendwie Pass mal hin Wie kann ich denn schießen Auf der Ich wüsste es gerade mit Maustentastatur Ich habe leider die Störung nicht gemerkt Okay Okay Aber mit Maustentastatur ist es wesentlich angenehmer Können wir es damit machen Ich muss einfach nur rumsprayen eigentlich nur Okay Ich finde sie wie hoch Bum 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 Hoch und runter Aber Wow Echt ein sehr unterhaltsames Spiel Selber Wurde ich irgendwo nur in April Shades gewesen sein Ne das Spiel An sich glaube ich sogar Aber Es war halt nur noch ein bisschen Werbung Weil Entscheinend wird dadurch ein neues Barionetta angekündigt Irgendwie sowas war das Ja bitte Wie soll ich das denn aushalten Hier Oh wir haben nun was freigeschalten Nein Oh so knapp Schade Aber ey fast 3000 Punkte Und wir haben jede Menge Errungenschaften gerade bekommen Schauen wir mal eben nach Das könnt ihr ja nicht sehen Wir haben 6 Errungenschaften inzwischen Äh was haben wir bekommen Don't give up Try again Death from above Killed a flying angel Axed Killed by a land angel Oh In the face Killed a land angel Anti gravity Double jump Lots during a game Single jump Für Äh 30 30 Mal Was haben wir noch so hier Was heißt High score Was ist denn High score Steht nicht bei was man dafür machen muss Ah ok Schade Seht ihr aber auch nicht Eigentlich doof So ok wir geben es noch einmal So So Der 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 dritt Ich darf nicht treffen Und ich darf nicht treffen An 1950 Endlich Hau Ich hab das Spiel weggekript auszusehen Ups Wie ich einfach nicht gerade nix treffe, ey Vor allem da Ich muss ihn einfach nur einmal treffen Aber er ist dafür nicht gestorben, weil wir ihn nicht getroffen haben Okay, nochmal Okay, letztes Mal sehe ich, warum man es haben will Was man hier machen und erreichen will Man will eine Suchtspirale Selbst für der Verderbnis erreichen Wie ich ihn einfach nicht treffe, ey Hallo Danke, endlich Ich will sich einfach nur töten Nee, scheiß Engel Engel sind böse Sie müssen Engel töten Immer töten Engel Papa Oh, wir haben in Luft Nicht alle schon gekönt, okay, gut Ich will immer die ersten Erst am Himmel machen Ja, wieder einfach auszuhalten Unsere Reichweite die ganze Zeit fliegt so Gefühlt So, ein bisschen runter Ach du scheiße, ach du scheiße, ach du scheiße Das schaffen wir doch niemals Ja, das schaffen wir niemals Ah, weniger Punkte gemacht als das letzte Mal Wie soll man denn, was ist ein Highscore 3000? Wie soll man das denn schaffen, bitteschön Oh, der war schön Ich hab schon wieder rausgeklickt Ups Wie kann man denn rausklicken aus dem Game? Das Game ist eigentlich Fullscreen Hä? Ich verstehe es nicht so ganz Aber dann hast du alles So, das haben wir auch geschafft Jetzt kommt die schwere Stage, glaube ich Na, jetzt jedenfalls Spray, 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 Spray Jawohl, wir haben die 3000 Punkte Oh, ich hab ihn nicht einmal getroffen Nein, nein, nein Jetzt sind wir tot Jetzt sind wir tot Ich erlebe noch Und jetzt sind wir tot 3800 Punkte Gut, ich glaub Mehr schaffen wir auch nicht mehr Gut, das sollte ein kleiner Einblick sein In 8-Bit-Bajonetta Oh, da hab ich schon ausgemacht Ups, ich dachte eigentlich, man sieht immer das Logo Aber gut Also, wir sehen uns nächsten Letztes wieder Haut rein Ciao, ciao